Der heutige Podcast wird präsentiert von der PPI AG. Die PPI AG ist seit fast 40 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz verknüpft PPI dabei Fach- und Technologienowhow. Im Zahlungsverkehr nimmt das Unternehmen in Europa eine marktführende Stellung ein. Rund 800 Mitarbeiter konzentrieren sich ganz auf den Erfolg ihrer Kunden. Mehr Infos unter www.ppi.de Herzlich Willkommen im Payment & Banking Fintech Podcast. Ich habe heute einen Gast bei mir, beziehungsweise nein, das stimmt gar nicht. Ich bin zu Gast in einem Haus, wo ich gerade auch schon ein bisschen über die Historie erfahren habe. Also ich bin zu Gast bei Florian Tonka im Finanzministerium. Und wir gucken hier auf das riesengroße Gebäude, über das wir gerade schon gesprochen haben. Herzlich Willkommen, Florian. Ja, hallo André und hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist das zweite Mal schon zu Gast. Das erste Mal war das wie ein Rot. Ich weiß gar nicht, ob es doch schon während Corona war. Da hätten wir uns doch nie getraut, ein Stift so eng zusammenzusitzen. Das war noch eine gute alte Renault-Technik. Aber es war auch abends spät. Ich kann mich da gut daran erinnern. Ich saß zu Hause in der Dachgaube und wir haben über das Thema Wirecard gesprochen. Darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern wir wollen darüber sprechen. Du hast natürlich auch eine neue Rolle. Erstmal ganz kurz für die Gästinnen und Gäste. Wer du bist, was du machst und was dich dahin gebracht hat, wo du heute bist. Und dann wollen wir ein bisschen über etwas sprechen, wo wir auch gemeinsam unterwegs sind. Ja, ich bin Florian Taunka, 43 Jahre alt und bin in der Politik. Ich bin Bundestagsabgeordneter und seit eineinhalb Jahren mit dem Regierungswechsel. Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, also bei Christian Lindner. Ich unterstütze Christian Lindner in seiner Amtsruhe als Bundesfinanzminister, indem ich ihn im Parlament vertrete, indem ich ihn in der Öffentlichkeit auch vertrete, aber auch hier im Ministerium selber mich einbringe in verschiedene inhaltliche Diskussionen. Ich mache da vor allem den Finanzmarkt und den Bundeshaushalt, aber auch die internationalen Themen sind bei mir. Ja, und wegen des Bezugs zum Finanzmarkt natürlich auch das Thema Digital Finance als eines der großen Zukunftsthemen, der großen Zukunftstrends, die wir haben und die wir auch gerne gestalten wollen, die ich über uns ergehen lassen wollte. Genau, das ist etwas, wo wir auch gemeinsam unterwegs sind und vielen Dank, dass ihr das ganze Thema auch weitermacht. Weil das ist, glaube ich, in der dritten Legislatur, als ich mich jetzt daran erinnere, es war, glaube ich, am Anfang war so ein loser Stammtisch, der Stammtisch ist falsch, so ein loser Austausch, glaube ich, unter Jens Spahn damals gestartet. Und dann wurde daraus ja der sogenannte Fintech-Grad, und ihr habt es jetzt umbenannt in einem Digital Finance Forum. Was habt ihr damit im Kopf und warum habt ihr es umbenannt und warum habt ihr es anders gemacht? Ja, der Fintech-Grad war ein guter Start, würde ich sagen, aber er hat natürlich, das hört man ja schon am Namen, irgendwie sowas sehr förmliches. Digital Finance Forum ist nicht nur vom Namen her moderner, wir haben es auch ein bisschen umgestaltet. Wir arbeiten da stärker projektbezogen, also man kann für den digitalen Finanzmarkt ja, es gibt das eine Thema herausgreifen und sagen, das ist es, sondern es gibt je nachdem, über was für digitale Angebote oder Geschäftsmodelle reden, unterschiedliche Schwerpunkte und Interessen. Und die Mitglieder wollen sich auch zu unterschiedlichen Dingen stärker einbringen oder weniger stärker. Wir arbeiten insofern schon so, dass wir uns auch in der großen Runde treffen, ein, zweimal im Jahr und wirklich über das große Ganze sprechen oder uns mal präsentieren lassen, alle zusammen, was in den verschiedenen Arbeitsgruppen rausgekommen ist. Aber dass wir ansonsten stärker den Projekten unterteilen, auch spontan zusammen betonen, wenn es Anliegen gibt und einfach etwas variabler, flexibler, agiler, wie man so schön sagt, arbeiten und nicht so statisch. Ja, das kann ich bestätigen. Also der alte Fintech-Grad war ja so ein bisschen so ausgerichtet, dass man wirklich immer nur Plenumsetzung hatte. Und in der Tat hatte man manchmal das Gefühl, dass nicht alle komplett immer bei der Sache waren und dass man natürlich in Arbeitsgruppen, wenn du halt hier unter Experten bist, das Ganze schon deutlich, deutlich tiefer auch beleuchten kannst. Für uns als Ministerium hat das natürlich auch den Vorteil, dass man doch auch schneller weiß bei dem Thema, bei dem Aspekt, da haben wir folgende Experten, die sind da tief drin, die sind da engagiert, die kann man auch mal anfragen, da kann man auch mal eine Meinung einholen. Wir müssen ja oft auch sehr, sehr schnell reagieren, wenn in Europa zum Beispiel sich eine Diskussion entwickelt, die plötzlich eben auch den digitalen Finanzmarkt betrifft, dann haben wir zum Teil ja auch nicht monatelang Zeit, da irgendwie erstmal in Deutschland zu diskutieren. Da brauchen wir schnell auch eine Einschätzung, was heißt das jetzt für Deutschland und die kriegt man auf diese Weise viel, viel schneller. Und was wir jetzt auch noch neu eingestellt haben, das ist mir auch wichtig, ist, dass wir das Digital Finals Forum auch stärker mit der öffentlichen Fachdebatte verknüpfen. Also wir werden jetzt im Juni ein Symposium machen, am 5. Juni, wo wir eben die ganze Fintech-Community, alle, die es interessiert, egal ob Gründer, ob Wissenschaftler oder auch Aufseher zusammenbringen und die Themen eben auch im großen Rahmen diskutieren. Weil wir merken auch, da ist eigentlich eine sehr große, inzwischen sehr große, große Community, eine sehr große Öffentlichkeit da, die mitreden will. Und also insofern verweitern wir es auch und sind dadurch, glaube ich, insgesamt stärker aufgestellt und können aus Gründer auf Ergebnisse gucken. Das ist lustig, weil das haben wir vor ganz, ganz langer Zeit, bevor der Fintech-Card da war, war das das allererste Event, was wir damals gemacht haben, noch unter Herrn Schäuble hier im Haus, hat mir das damals auch vorgeschlagen. Da gab es so eine allererste Roundtable, daraus ist dann damals auf der Fintech-Card entstanden, dass man versucht hat, diese damals in der Gründung entstehende Fintech-Community hier im Haus zusammenzubekommen. Das war wirklich ein Star Wars 2017. Das war wirklich schon, glaube ich, davor. Das war so 2014. Okay, das ist wirklich schon. Ja, schon. Danke, ziemlich gut. Gefühlt jedenfalls drei Generationen her. Genau. War das schwer für euch, die richtigen Experten auszusuchen? Also wer hat das hinbekommen? Ja, im Sinne von, wir hätten noch mehr aussuchen können. Im Sinne war es schwer. Natürlich kann ich auch allen sagen, die uns zuhören, die gerne mitgemacht hätten, aber zurzeit nicht dabei sein können, hätten wir in der Tat auch ein zweites Digital Finance Forum mit gleicher Qualität besetzen können. Das ist dann immer ein bisschen, fast dann auch wieder schade. Wir haben halt schon auf Diversität geachtet, also dass alle Gruppen, aber auch alle Geschäftsfelder, die so denkbar sind, vertreten sind. Und das war uns wichtig. Aber ja, es war eigentlich eher ein Luxusproblem. Wir hatten jetzt kein Problem, ein hochkarätiges Forum zu sammeln. Und ihr habt es unterschiedlich, das sind vier Arbeitsgruppen. Also ich glaube, es ist Payment auf der einen Seite, Retail, Banking, Insurance, Investment und Blockchain. Das sind glaube ich ja schon fünf. Ja, genau. Blockchain war mal Investment dabei, aber gemerkt, da gibt es nochmal einen eigenen Schwerpunkt und das hat sich dann einfach rucki zucki, da musste man auch gar nicht lang irgendwie abstimmen, hat sich dann so ein bisschen abgespalten. Die Blockchain-Leute arbeiten immer noch eng mit den Investments zusammen, aber es ist nochmal eine eigene Untergruppe geworden. Das zeigt schon, dass wir in der Tat auch sehr flexibel dann auf Entwickler reagieren, wenn sich einfach eine Diskussion zeigen, dann müssen wir nun mal tiefer rein, dann gibt es eben nochmal eine eigene Gruppe. Wir bringen die goldenen 20er Jahre zurück. Ja, ja, wir wissen, für Banken endeten die vor 100 Jahren wahrlich nicht rühmlich. Deshalb kommt vorbei zur Banking Exchange 2023 in Frankfurt und lernt auf unseren Panels und Keynotes, wie wir heutzutage die Herausforderungen des Bankensektors meistern. Backstravaganza heißt das Motto und deshalb diskutieren wir in prunkvoller Great Gatsby-Atmosphäre am 1. und 2. Juni über Themen wie The Biggest Pay Points in Banking, Embedded Finance, Next Generation Banking, Investing in Women und zahlreiche mehr. Dazu begrüßen wir Topfachleute wie André Järens von McKinsey & Company, Patricia Battenberg von Worldline, Dr. Peter Robesek von Mastercard und viele weitere. Das alles begleitet von einem Rahmenprogramm, das euch in die Zeit des großen Gatsby zurückversetzt und mit Prunk- und Lebenslust fesselt. Mit erlesenem Champagner aus Kristallkelchen, Lounging auf roten Samtsesseln und Musik von Charleston bis hin zu fröhlichem Swing. Seid dabei und erlebt zwei Tage Banking-Experten und Backstravaganz in einem unvergesslichen Event. Wir freuen uns auf euch. Backstravaganza am 1. und 2. Juni im Club Gibson in Frankfurt am Main. Tickets auf www.banking-exchange.de. See you there, old sport. Habt ihr Themen, die ihr, du hast gerade gesagt, manchmal muss es spontan sein, manchmal sind es Dinge, die auf europäischer Ebene entstehen oder wo ihr angefragt werdet oder wie eine Meidl sozusagen euch bilden wollt. Habt ihr Themen, die euch gerade so richtig stark beschäftigen, also im Bereich Fintech, wo ihr auch das Digital Finance Forum immer wieder zu raten könnt? Also wir haben natürlich sehr eng mit dem Digital Finance Forum auch das ganze Thema Startups, Mitarbeiterbeteiligung, aber auch die Kapitalmarkt-Themen für die Startups beraten. Da haben wir jetzt auch schon ein Gesetz vorgelegt, den jetzt der Bundestag beraten wird in den nächsten Monaten bis Jahresende etwa. Also da sind wir ja schon sehr nah an Ergebnissen. Wir haben andere Themen wie den digitalen Euro, die plötzlich auf europäischer Ebene auch nochmal an Geschwindigkeit aufnehmen, wo wir uns einbringen, wo wir ganz, auch schon eine ganz gute, finde ich, fundierte Diskussion im Digital Finance Forum hacken mit unterschiedlichen Blickwinkeln, aber eben schon auch mit wertvollen Hinweisen aus dem Expertenkreis dort. Oder wir haben Themen wie digitale Identität, wo wir gemerkt haben, das hat in jeder Gruppe, egal ob Retail oder Investment oder Insurance, das hat überall eine ganz große Runde gespielt, wo wir jetzt in der Bundesregierung auch ein eigenes Projekt aufgesetzt haben unter Leitung des Innenministeriums, aber das Finanzministerium ist da auch dabei, andere auch, mit dem Ziel, dass wir endlich mal eine brauchbare digitale Identität in Deutschland hinkriegen, die nicht nur für den Finanzmarkt, sondern für den ganzen Rechtsverkehr ja von ganz entscheidend. Also ja, es gibt ganz unterschiedliche Punkte, wie wir Ideen aus dem Digital Finance Forum aufnehmen und auskoppeln. Manchmal ist man schon sehr schnell unterwegs, wie bei den Zukunftsfinanzierungsbesetzungen der Mitarbeiterkapitalbeteiligung und manchmal, in der Tat, muss man sich erstmal überlegen, in welchem Format man Ideen weiter vorn treiben kann. Wenn du auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer guckst, was erwartet ihr von denen? Du hast gerade gesagt, manchmal würdet ihr einfach spontan eine Meinung haben, also habt ihr irgendwie so eine Erwartungshaltung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Die Erwartungshaltung ist natürlich, dass sie sich einbringen, dass sie das auch aktiv nutzen. Jeder, der da nominiert ist, der bei uns mitmacht, in der Tat nimmt einen Platz ein, für den wir auch viele andere hochkarätige Bewerbungen bekommen haben. Also insofern ist die in der Tat die Erwartung auch, dass wir das auch dann durch Aktivität, dass eben auch stattfindet. Und das ist aber bei den meisten auch so. Also die meisten brennen für das Thema und das merkt man dann auch. Das macht dann auch Freude, das in den Kreis dann auch zu diskutieren. Auffällig war, wenn man jetzt mal auf den Fintech-Rat vorher guckte und jetzt auf den Digital Finance Forum Mitgliederkreis guckt, dass keine Verbände mehr im Kreis drin sind. Weil normalerweise erwartet man ja auch so ein bisschen, okay, Ministerium und Berlin und Lobbygruppen und dergleichen. Das ist schon auch für dich. Gab es einen Grund dafür? Ich habe es ja gesagt, dass das macht keinen Zufall. Das ist natürlich eine bewusste Entscheidung. Wir wissen zu schätzen, dass es Verbände gibt, die sich auch alles verstärkt mit den Digitalitäten beschäftigen. Aber wir haben eben schon mit den Verbänden einen regelmäßigen Kontakt. Den gibt es ja. Die sind ja hier in Berlin vor Ort und die machen das quasi beruflich, dass sie auf die Regierung, auf das Parlament zugehen und ihre Anliegen dort platzieren. Der Austausch ist da. Und das Digital Finance Forum ist für uns ein Austauschformat, wo wir eben gerade mal auf sozusagen die Praktiker, aber auch die Wissenschaftler, das sind ja gar nicht nur alles Vertreter aus Unternehmen, das sind ja auch Wissenschaftler dabei und andere, die zusammenbringen. Und wir sagen auch immer, es ist ein persönliches Mandat. Also wenn ihr da im Digital Finance Forum seid, dann zertretet ihr nicht eure Firma, sondern ihr seid da, weil ihr euch einfach auskennt und weil wir wollen, dass ihr mit eurem Background, mit eurem Erfahrungsschatz die Diskussion bereichert. Und wir würden auch, wenn jemand dann sein Mandat niederlegt, nicht sagen, du darfst die gleiche Firma eins auf einen hinterher schicken, sondern das ist dann erstmal eine ganz neue Entscheidung. Das ist eine persönliche Mitgliedschaft und keine, die irgendwie an Arbeitsverhältnissen oder Institutionen hat. Das ist übrigens ganz, ganz schön, dass du das sagst und auch rustig zu sehen, dass es das Korrektiv auch in den Arbeitsplätzen gibt. Also wir haben das auch hin und wieder mal gehabt, dass wir das Gefühl hatten, wie wird gerade Stimmung gemacht für ein Unternehmen oder für eine Gruppe. Und also ey, nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Also kann ich gut nachvollziehen. Wenn du so auf die Themen guckst, du hast gerade schon über das Thema digitale Identität gesprochen, was ja echt eine Challenge immer wieder ist, was gerade auch über deine Erfahrungen gesprochen und Personalausweis zu beantragen, was dann auch die Grundlage für die Identität ist. was auch nicht so ganz leicht ist. Was sind denn so die größten Hürden, die du bisher so siehst? Ich meine, du hast ja vorher dich auch schon mit Finanzen beschäftigt. Du warst ja gerade schon darüber gesprochen, aber wahrscheinlich auch interessiert an dem ganzen Thema Fintech. Siehst du irgendwas, wo du oder so sagst, ey, das ist unsere größte Challenge, die wir gerade haben in Deutschland. Also wir haben lange über Budget Capital gesprochen als Hürde oder sowas. Gibt es irgendwas, was du so genau mit dem Kopf hast? Ja, die Digitalität ist natürlich schon einer der ganz großen. Wir gehen auch über den digitalen Finanzmarkt hinaus und wir gehen auch bis hin zum gesamten Verkehr mit Behörden. Und da ist die Diskussion halt dadurch geprägt, dass es die einen gibt, die sagen, wir wollen jetzt mal schnell eine Anwendung, die uns überhaupt im Spiel hält bei dem ganzen Thema, dass wir überhaupt noch mithalten können, auch im europäischen Vergleich und andere, die von solchen Sicherheitsanforderungen herkommen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik brennt, eher was softwarebasierte Lösungen angeht zum Beispiel. Also da steht sich die Diskussion ab und ich glaube, das ist aber symptomatisch insgesamt natürlich für unsere Gesellschaft. Wir begrüßen immer irgendwie Freiheit, Innovation, aber auch Sicherheit oder Risikovermeidung gegeneinander ausbauen muss hier. Ich bin auch nicht dafür, dass wir Risiken jetzt sehen und Auge in Kauf nehmen, aber wir entscheiden uns in Deutschland natürlich sehr oft für ein eher theoretisches Level an möglicher Sicherheit und verzichten auf viele Innovationen und viele Chancen. Und das ist, glaube ich, schon was, was für den ganzen Feed-Tech-Bereich über die Frage der Identitäten hinaus ja ein Problem ist, dass wir einfach so lange warten, bis es irgendwie überall auf der Welt funktioniert hat, um dann sagen zu können, die Risiken sind vertretbar. Wir machen es jetzt auch. Aber das ist kein super für unser Land, sondern ich glaube, wir müssen auch selber wieder einen Anspruch haben, vorne dabei zu sein. Und das heißt auch, dass wir uns klar machen, ohne ein Restrisiko keine Chance und keine Perspektive. Jetzt ist das Digital Finance Forum gerade ein Jahr geworden. Also seit einem Jahr gibt es die Runde. Gibt es schon konkrete Ergebnisse, die du mitgenommen hast oder die das Digital Finance Forum für sich so verabschiedet hat? Naja, es gibt ja ein ganz wichtiges Ergebnis, nämlich die Roadmap für den digitalen Finanzmarkt Deutschland, die in einem knappen Jahr entstanden ist, wo wir entsprechende und auch sehr breit bestaffelte Empfehlungen bekommen, wie wir den digitalen Finanzmarkt Deutschland ausbauen. Und wir sind jetzt in einem Follow-up-Prozess. Wir haben einige Sachen, die sind schon unterwegs. Die elektronische Aktie zum Beispiel, die wir jetzt auch mit dem Zupassfinanzierungsgesetz einführen, wo wir sehr weit vorne sind als Bundesrepublik Deutschland, wo auch in Ostland oft nachgefragt werde. Zum Beispiel, aber wir haben natürlich auch andere Dinge, Dinge, die man nur auf europäischer Ebene lösen kann oder die sogar noch zukunftspolitik sind. Also wir sind schon jetzt dabei, aus der Roadmap herauszudestillieren, was kann man, was sollte man umsetzen, was kann man umsetzen und in welchem Zeithorizont und nach welcher Ebene. Und das muss dann jetzt die nächste Phase sein, dass wir eben von der Konzeption in die Implementierung kommen. Und auch in der Phase wird das Digital Finance Forum natürlich eine Rolle spielen, weil wir auf der Strecke auf weiterhin Beratung laufen und vielleicht auch auf neue Themen oder neue Aspekte noch mit dazu kommen. Also du sagst, das Thema ist jetzt nicht abgeschlossen. Wir haben jetzt die Themen gesetzt und jetzt arbeiten wir ab, sondern auch neue Themen können und sollen einfach einfach... Wir werden mit absoluter Sicherheit ja auch kommen, weil die Welt sich auch weiter dreht und entwickelt. Und wie gesagt, wir auch politisch zum Beispiel durch neue Vorschläge der Europäischen Union auch auf entsprechende Sachen bekommen. Zum Beispiel die Kryptoregulierung haben wir in Europa schon ganz gut jetzt mit Mika auf den Weg gebracht. Aber es kann natürlich sein, dass es da auch weitere Dinge gibt, zum Beispiel jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung auf den Finanzmärkten oder das, was wir vor einigen Wochen gesehen haben, gibt es Aufsichtsbehörden, die wollen sich den Kryptomarkt wieder stärker anschauen. Vielleicht gibt es da Empfehlungen, dann muss man rückkoppeln, wie wird das eingeschätzt? Dann wird das Digital Finance Forum sicherlich auch dazu was sagen können. Das ist ja nur ein Beispiel, wo man natürlich ganz klar sagen muss, alles, worüber wir geredet haben, auch alles, was in der Role-Planke ist, wird sich auch weiterentwickeln und bei einigen Dingen auch auf zusätzliche Abommenten noch ins Spiel kommen. Wenn du selber auf das Thema Financial Technology so im weiteren Sinne guckst, was nutzt du selber an Diensten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das sind so typische Fintech-Dienste oder ich mache keine, das schaffe ich dir keine Nervos für einzelne Applikationen oder sowas, das kann ich nicht machen. Aber ich selber, ich habe auch jetzt im Vorfeld zu unserem Gespräch jetzt wirklich auch mal nachgedacht, wann warst du das letzte Mal in einer Bankfiliale? Ich könnte jetzt sagen, es war ein Staatssekretär natürlich in verschiedenen Bankfilialen, dort mit Vorstandsgesprächen, mich auszutauschen über Regulatorik. Aber als Kunde habe ich keine aktive, das ist auch immer mein letzter Versuch in einer Bankfiliale, das habe ich eigentlich schon als Student aufgegeben vor über 20 Jahren. Manchmal kommt man nur da rein, wenn man irgendwie ein Haus oder sowas oder eine Wohnung oder was kaufen will. Aber selbst das macht man ja auch nicht jedes Jahr. Aber übrigens, auch das habe ich zwar nicht papierlos, aber auch ohne Besuch in einer Bankfiliale erledigt, also schriftlich heißt es mit all den Dingen, aber ohne, dass ich in einer Bankfiliale war. Ja, also das, kurzum, also ich nutze die Bank jetzt, die ich nutze digital. Ich habe jetzt das Handeln mit Wertpapieren komplett eingestellt, was ist, glaube ich, auch sehr gut so. Wir haben Compliance-Vorschriften im Bundesfinanzministerium, die das zwar, wo man sich das sozusagen genehmigen lassen müsste, da anzeigen müsste, aber das ist immer so, dass man dann es lieber, vor allem Apps nutzt, lieber gar nicht machen sollte. Also ich mache es gar nicht, komplett nicht. Und insofern bin ich natürlich vor allem Nutzer von Bezahllösungen. Das ist ganz klar. Aber das mache ich, das mache ich. Aber ganz kurze Frage, dürft ihr denn als Mitarbeiter ETFs oder sowas haben? Oder dürft ihr, du sagst ja, ihr dürft alles, aber ist das einfach? Also es gibt erstmals das Bundesfinanzministerium, das einzige Bundesministerium, das Handelsbeschränkungen für die eigenen Beschäftigten hat. Wie tief die gehen, hängt davon ab, in welcher Abteilung, in welchem Fachbereich die Mitarbeiter tätig sind und welcher Bezug gewissermaßen auch zum Finanzmarkt und zu den jeweiligen Titeln besteht. Einzeltitel sind immer beschämig, das ist klar, ETFs nicht. Und wir haben uns als Hausleitung, der Minister Christian Lindner und Katja Nitzel als parlamentarischer Staatssekretärin und ich auch als parlamentarischer Staatssekretär, haben uns freiwillig diesen Regeln auch unterworfen. Wir sind ja keine Beamte in der Hausleitung, sondern wir sind politiker, eigenen Status, aber wir haben die für die Beantwortung, für die Beschäftigten hier im Ministerium anwendbaren Regeln, haben wir für uns übernommen, haben das auch unterschrieben, die gelten auch. Aber jenseits dessen, man ist ja oft auf Klick beraten in der Politik gar nicht an die Grenze dessen zu gehen, was vielleicht noch erlaubt ist, sondern zu sagen, man hält da ein bisschen Abstand von. Also ich handele zurzeit gar nicht und fahre damit auch ganz gut, dann kann man schon was zu übersehen. Wenn du auf das Thema drauf guckst, was sind denn die Bereiche mit den größten Potenzialen, die du siehst? Das ist so wie Payment, ist es Investment, ist es das Thema, keine Ahnung, Crypto, Blockchain? Gibt es irgendeinen Bereich, wo du sagst, boah, das ist das, wo ich das größte Potenzial sehe, für den Bereich Financial Technology? Also wir sehen ja an den Innovationen, die es schon gibt, dass es alle Bereiche massiv verändert. Investment definitiv, Payment auch. Also bei Payment war es ja so, dass vor 10, 20 Jahren irgendwie die Leute, die so für die Zahnabmittlung zuständig waren in den Banken, immer so, die wurden so ein bisschen belächelt. Kein Landkinder. Langweilig wird so feinig, muss halt funktionieren, aber da finden die Innovationen nicht statt, da wo ich das Geld verdiene, weil man dann so sieht, wie jetzt Technologie gerade dieses Segment, das sich wieder auch hoch auf die Prioritätenliste gesetzt hat und so einen ganz spannenden Ort bewaffnet hat und auch einen umkämpften Markt gemacht hat, ganz, ganz, ganz spannende Entwicklung. Blockchain meines Erachtens ist eine Basistechnologie mit ganz enormen Potenzialen zu dem gesamten Rechtsverkehr, dass die Blockchain wird in der Diskussion oft so reduziert, auch steht auf den Bitcoin und dann gibt es die Fans des Bitcoins und die, die sagen, das kann niemals gut gehen, wartet nur, irgendwann geht das schief. Und dann wird im Grunde Blockchain nur entlang der Front diskutiert, findest du jetzt den Bitcoin überzeugend oder findest du ihn nicht überzeugend. Und ich finde, das unterschätzt kolossal, was hinter der Technologie eigentlich an Potenzial steht. Ich sage immer, wenn ich wegen Bitcoin gegen die Blockchain bin, dann bin ich auch wegen Candy Crush gegen das Smartphone. Also das ist ja nur eine Anwendung der Bitcoin, eine Technologie, die man für alles, für Vertragsabwicklung, für Grundbücher, für die im Grunde die gesagte Dokumentation für den Rechtsverkehr nutzen kann, wo man denn will und die enorme Vorteile bietet. Und da würde ich mir eins auch wünschen, dass wir noch stärker verstehen in Deutschland, dass wir hier nicht über so Einzelsachen reden, sondern echt über eine Innovation, die das Potenzial hat, jedenfalls den Rechtsverkehr grundlegend zu vereinfachen. Aber da finde ich, hat man in Berlin doch eigentlich echt wirklich einen guten Hub mittlerweile geschaffen. Also wenn du dir die Kryptoszene anguckst, das ist ja dann sehr stark Blockchain-basierend, ist Berlin ja wirklich echt schon ein guter Hub geworden. Absolut, können wir auch, aber wir müssen natürlich da auch uns darauf einlassen, wirklich zu sagen, da kann man, das geht jetzt nicht nur um quasi Anlageprodukte oder digitale Währungen oder sowas, sondern das kann um sehr viel mehr gehen. Da würde ich mir einfach wünschen, dass wir da noch offener sind. Natürlich wird es auch Applikationen geben, die am Ende scheitern oder vielleicht nicht mehr gebraucht werden oder was auch immer. Das ist ja auch der normale Gang der Dinge. Aber die Blockchain selber hat das Potenzial in unserer Gesellschaft enorm befreundet. Aber ich habe das Gefühl, dass wir gerade in dem Bereich Investment und Blockchain gerade mit die erfolgreichsten Companies auch in Deutschland haben. Also wenn man, also die Neobroker, die wollen jetzt keine Namen nennen, aber die ja schon sehr erfolgreich sind, das sind ja schon so mit die Heizleine auch in Europa. Also Neobroker auf der einen Seite, aber halt auch ein paar Blockchain-Startups. Ja, wir sind, wir sind, wir haben natürlich eine Großartige Gründerinnen und Gründer, tolle Unternehmen, ein tolles Ökosystem hier. Und das möge so bleiben. Müssen wir halt aber auch gucken, dass wir unsere Ambitionen nicht zu tief setzen oder das Ganze einfach irgendwie vernachlässigen. Wenn du ganz kurz auf den digitalen Euro drauf guckst oder tokenisiertes Geld, wie nimmst du das wahr gerade in Diskussion? Weil es gibt eine IZB, die das Thema vorantreibt. Es gibt eine Bundesbank und Burkhard Balz war ja beim letzten Mal im Digital Finance Forum auch da und hat seinen Status gegeben. Geht das in die richtige Richtung? Oder ist das gerade auch ein Teil aus deiner Perspektive, böse gesagt, auch wishful thinking, was die IZB da macht? Also es ist in der IZB natürlich erst mal entstanden, das Projekt. Die Bundesbank bringt sich über die IZB dort ein. Also macht das nicht nochmal selber eigen oder so, sondern die Bundesbank ist sehr aktiv in den Arbeitsgruppen der IZB, die das konzeptionell entwickeln. Das wird sehr, sehr gut natürlich, dass die Bundesbank da als größter quasi Anteilseigner in der IZB auch in der Frage aktiv vorne dabei ist. Dann gibt es natürlich auch die politische Ebene, also die Mitgliedstaaten, das Parlament, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und wir sind noch dabei, genau auszusortieren, was ist jetzt eigentlich eine Notenbank-Thematik beim digitalen Euro? Wo geht es irgendwie um Geldpolitik und die auch irgendwie modern machen zu können? Und was ist eine politische Frage, die die Gesellschaft beantworten muss, die wir demokratisch entscheiden müssen, wo es eine Debatte geben muss? Und ich glaube, dass wir beim digitalen Euro zunehmend auch in die Richtung laufen, dass es auch als ein politisches Projekt und nicht nur Notenbank- und Geldpolitik angesehen wird. Also die Frage, wie soll der aufgesetzt sein? Wie ist das mit den Daten, die beim bezahlenden digitalen Euro entstehen? Was sind die Auswirkungen auf den Wettbewerb im Zahlungsbereich? Wie wird der Zugang ausgestaltet? Das sind alles Fragen, die doch sehr, sehr stark uns alle berühren als Bürger und unsere Stellung im Wirtschaftsleben. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir über die wesentlichen Parameter des digitalen Euro auch politisch durch Gesetze, durch Rechtsakte entscheiden müssen. Ich habe da ein bisschen die Angst in den Teilen beim digitalen Euro, dass man das Richtige wird und dass die Herausforderung auch darum bestehen kann. Wir reden ja über das Thema Digital, dass eine EZB momentan nicht wirklich digital im Sinne eines Produktes bisher jemals gebaut hat. Die müssen digitale Infrastrukturen zur Verfügung stellen. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass wir digitales Geld haben, dann reden wir ja auch wieder über User Experience. Und das ist beim Bargeld leicht. Beim digitalen Euro stelle ich mir noch die Frage, wer der Richtige ist, der das ganze Thema herausgibt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also wie sich das Ganze anfühlt. Da habe ich ein bisschen Wammel vor, dass man das unterschätzt. Weil das ist ja, wie wir es auch bei Apple Pay und sowas sehen, manchmal das Entscheidende, wie wir das Ganze halt genutzt bekommen. Also das Problem aus meiner Sicht ist, dass wir uns erst nochmal über die Ziele, die mit dem digitalen Euro erreicht werden sollen, verständigen müssen. Und da sind unterschiedliche im Gespräch. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man, ohne dass die Ziele klar definiert sind, ja auch schwierig einen New Scale zu entwickeln kann, wo man sagt, dass es den Aufwand wird. Und damit haben wir Erfolg. Und die Ziele sind eben manchmal so eher übergeordnet geopolitischer Natur. Also man spricht über europäische digitale Souveränität. Das ist ein großer Agenda-Punkt, dass Europa auch als Digitalstandort nicht abhängig werden will von anderen Anbietern. Und natürlich sehen wir zum Beispiel, dass es den digitalen Remi gibt, dass es Bemühungen gibt, Ziele, Notenbanken auf der Welt, da auf den Fuß in die Tür zu kriegen. Das war also gewissermaßen schon mal vermeiden, wo ich ins Hintertreffen zu kommen. Dann gibt es die Argumentation. Wir haben im Bereich Payment Schemes einen gestörten Wettbewerb. Wir haben zu wenige Anbieter, die sind alle auch außereuropäisch. Und die nehmen dann aufgrund des gestörten Wettbewerbs zur hohen Gebühren. Und dann leiden vor allem die Händler. Und also unsere Volkswirtschaft wird dadurch auch geschwächt, dass es einfach zu wenig Wettbewerb gibt. Das ist eher eine wettbewerbspolitische Herangehensweise, wo man sich eben erhofft, dass der digitale Euro irgendwo Einfluss auf den Wettbewerb haben könnte. Das sehen auch einige Vertreter in der Diskussion so. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Argumente. Es gibt Menschen, die sich davon eben erhoffen, dass man das an und überbezahlen, das mit dem Bargeld möglich ist. Das digital überträgt. Irgendwie digital überträgt, weil die Gewohnheiten der User halt doch eher Richtung digitales Bezahlen gehen und man damit bestimmte Vorteile des Bargelds eben nicht mehr hat und die verloren gehen. Also auch diese, wie er hier aus der Datenschutz- oder Bürgerrichtsperspektive geäußerten Wünsche gibt, das sind ja vollkommen unterschiedliche Begründungen für einen digitalen Euro. Und die sind die Frage, deshalb machen wir es jetzt, ist nicht letztendlich geklärt. Und gleichzeitig geht es darum, dass man einen Use Case entwickelt, also sagt, um wen geht es denn jetzt? Reden wir über den Retail-Kunden, der kleinbeträgliche Alltagsbeträge überweisen soll, über den digitalen Euro, der das irgendwie transferieren soll? Oder reden wir eher über industrielle Anwendungen, programmierbares oder interoperables Geld, um bestimmte Prozesse zu automatisieren und Kosten zu senken für die Unternehmen? Oder reden wir über die Händler, deren Gebühren zu hoch sind? Danach muss sich ja letztlich das Konzept dann ausrichten. Was will ich dann eigentlich erreichen? Ich glaube, die Diskussion über den digitalen Euro krank daran, dass wir das Ziel doch gar nicht klar definiert haben. Oder halt den digitalen Euro noch nicht genau genug definiert haben, was er eigentlich darstellen soll. Aber ich glaube, das ist fast das Gleiche, was du gerade sagst. Ja, wenn ich dann das anonyme Bezahlen in der Vordergrund stelle, dann kann ich natürlich jetzt nicht das technisch so aufsetzen, dass eben doch haufenweise Datenanfall oder KYC-Prozesse machen, die eben nicht dem Bargeld nachgebildet sind, sondern eher dem elektronischen Bezahlen. Wenn das aber gar nicht mein Ziel ist, dann werde ich natürlich im Design auch diesen Aspekt eher vernachlässigen. Deswegen glaube ich, wir brauchen, das ist eine politische Frage, wir brauchen eine Zieldiskussion, was aus dem Sinn des digitalen Euro angeht. Und das glaubst du, das wird auf der europäischen Ebene gemacht? Also glaubst du, dass es da entstehen wird? Ich meine, es muss ja am Ende ein europäisches Währungssystem sein, klar. Ja, das muss mit dem Euro, wie wir ihn heute haben, kompatibel sein. Auch der europäische Bankenmarkt, wird man auch nicht vergessen. Darf natürlich, muss muss natürlich irgendwie sinnvoll integriert sein. Also wir können jetzt ja auch nicht die EZB ins Privatkundengeschäft einsteigen lassen. Das meinte ich gerade mit digitaler Kompetenz. Genau. Also das heißt, letztlich ist das so europäisch zu regeln, aus ganz verschiedenen Gründen. Nur die Öffentlichkeit muss natürlich erreicht werden. Wir brauchen eine öffentliche Debatte darüber, warum wir sowas weiterverfolgen wollen und vielleicht auch wie. Und die findet noch nicht ausreichend statt. Außer jetzt hier heute. Deswegen bin ich auch froh, dass wir das hier mal ansprechen können. Also ich habe beim Thema Digital Euro ein paar Mal schon in der Öffentlichkeit was gesagt. Dafür kriegst du immer Chitstop. Kann ich dir nur sagen. Also das ist ungern genommen, das Thema aber in einer Richtung, wie man wenigstens gerne selber hat. Aber ich bin völlig bei dir. Ich glaube, man muss da wirklich sehr viel Aufklärung machen und sagen und auch ein bisschen Angst. In Teilen, glaube ich, vor dem Thema nehmen. Und das geht wahrscheinlich am besten darüber, indem man halt, was du gerade schon beschrieben hast, sagt, was soll das Ganze eigentlich erreichen? Und über die Use Cases wirklich auch klarer spricht. Und insofern, also ich war wirklich auch sehr froh, als Bogart Weiß beim letzten Mal dabei war und seine Sicht nochmal darauf gesagt hat und auch gesagt, wir sind in offenen Diskussionen. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige davon. Also ich will meine eigene Meinung nicht verlieren. Ich glaube, dass wir uns stärker auf den Industrienahenanwendungen konfigurieren müssen. Ich sehe für den kleinen, für den allzäglichen Zahlungsverkehr eigentlich kein Defizit, vor allem im elektronischen Bezahlen, dass die Prozesse funktionieren. Natürlich kann man die noch weiter optimieren, aber die wirklich echte Neuerung, die spürbar werden würde für den normalen Nutzer, sehe ich noch nicht. Sondern ich glaube, die wirklichen Perspektiven liegen dadurch, dass man eben den digitalen Euro als programmierbares Geld denkt und in die Richtung entwickelt und über die Prozesse man dann in der Vertragsabwicklung, insbesondere auch für die Unternehmen, man da drauf legen kann. Das ist ein Aspekt, der, finde ich, ein bisschen zu kurz kommt. Und da wird umgekehrt, wenn man vor allem an die kleinen Zahlvorgänge denkt, dann hat man natürlich ganz andere Probleme zu lösen von der Frage, was mache ich denn mit meiner Digital-Euro-Wallet versus meiner Bank-Wallet? Niemand wird beide gleichzeitig es haben wollen. Gleichzeitig wird man aber die Wallet zu dem digitalen Euro ja begrenzen müssen, damit man gewissermaßen die Einlagenbasis das Bankensystem nicht schwächt und braucht man irgendeine Obergrenze. Also muss man irgendwie auch überlegen, wie das dann hin und her transferiert werden kann, wie ich also Bankguthaben in Digital-Euro und umgekehrt umwandeln kann. Das sind schon viele wirklich komplizierte Geschichten plus die Frage der Geldwäsche-Prüfung, also die Frage, kann ich die Anonymität überhaupt gewährleisten? Ja oder nein? Nein, das sind alles sehr komplizierte Fragen, wo für mich noch nicht jetzt völlig klar ist, ob das wirklich den ganz großen Wurf nach vorne bringt und da würde ich mir wünschen, dass wir stärker uns auch eher anschauen, wie kann man in die Industrie nahe anhanden. Ich glaube, wir brauchen einen USP für ein neues Modell und wenn du das nicht hast, wenn du diesen USP nicht hast, wird es ja auch schwer, das Ganze zum Erholen zu führen und das meinte ich gerade auch ein bisschen mit der Exzellenz, die du halt für ein neues Verfahren brauchst, wenn du das nicht, der Hubo, wenn das nicht wirklich einen richtigen, guten USP hat und eine digitale Exzellenz hat, wird es halt schwierig und insofern bin ich bei dir im Retail, im ganz normalen kleinen Betragsumfeld, da kommen zwar immer wieder neue Lösungen raus, aber letztendlich ist es, ich habe das immer so beschrieben, wir schreiben kein Kapitel mehr, sondern es ist irgendwie maximal noch eine Rechtschreibung-Korrektur, die wir gerade haben. Ja und ich glaube, wir sollten eher darauf gucken, dass wir nochmal neue Kapitel schreiben können und deshalb bin ich bei dir, dann geht es wahrscheinlich gerne das Thema Programmierbarkeit. Du bist eine Technologieplattform oder ein Marktplatz und willst Payments anbieten? Mit GetPaid erhältst du die volle Kontrolle über den gesamten Zahlungsvorgang, vom Onboarding bis Payout, inklusive aller gängigen Zahlungsmethoden. GetPaid richtet sich speziell an komplexe Multiparty-Anforderungen von SAAS-Plattformen und Marktplätzen, das heißt weniger Workarounds, einfachere Reconciliation und die Möglichkeit, deine Payments zu monetarisieren. Erziele somit bis zu viermal mehr Ertrag auf deine Payments. All das ermöglicht durch eine einfache Low-Code-Integration, ohne dass du ein großes Team an Engineers beschäftigen musst. Teste GetPaid nach heute unter www.getpaid.io. Das gab es schon ein paar Mal Herrn Lindner angesprochen, Minister Lindner angesprochen und er hat ja mit seinen eigenen Aussagen Deutschland zum führenden digitalen Finanzplatz zu machen auch einen klaren Statement gegeben und uns allen ja auch vielleicht fast schon so etwas wie eine Aufgabe mitgegeben. Was glaubst du, was müssen wir momentan noch machen? Klar, wir haben ein Digital Finance Forum und wir arbeiten an ein paar Sachen, aber so der führende digitalen Finanzplatz zu werden, bedeutet ja wirklich auch Anspruch ausgesprochen und was müssen wir tun? Du hast bereits gesagt, wir sind im Investment- und Kryptobereich schon ziemlich gut, aber jetzt geht es natürlich vor allem darum, dass wir Vorstunde, die wir haben, auch europäisch ausrollen können. Wir haben übrigens ja auch deshalb für die Kryptodienstleister schon eine Regulierung gehabt, bevor Mika kam. Jetzt haben wir aber, glaube ich, mit Mika dann noch europäischen Standard. Aber die, die heute schon eine Lizenz in Deutschland haben, die haben einen Vorteil aus meiner Sicht. Die können jetzt wirklich sehr schnell auch europäisch loslegen und so, glaube ich, kann man das in verschiedenen Bereichen ja auch auf Butter definieren. Wir sind bei den elektronischen Anleihen früh dran gewesen, jetzt kommt die elektronische Aktie dazu. Wir werden uns sehr schnell, das wird dann der nächste Schritt sein, nach dem Finanzierungsgesetz. Insgesamt wird der zivilrechtlichen Status auch der Übertragung von tokenisierten Assets auseinandersetzen müssen. Was heißt das in der Insolvenz? Wie läuft das schuldrechtlich ab, dass man einen Rechtsrahmen setzt, wo eben Übertragung und Halt in solchen Positionen eben auch klar geregelt ist mit dem Ziel, dass wir, wenn wir da froh dran sind, die Diskussion in Europa auch mitprägen können und dass Deutschland dadurch auch wieder durch Geschwindigkeit einen Standortvorteil hat. Also ich glaube, die Strategie, wir sollten hier früh Standards entwickeln, auch sichtliche, aber auch zivilrechte für Standards, mit dem Ziel, dadurch in der europäischen Diskussion eine größere Rolle zu spielen, viel davon auch beizukriegen und dann von Deutschland aus mit europäischem Pass im europäischen Binnenmarkt eine gute Marktanteile zu entwickeln. Das scheint mir die Strategie zu sein, die überzeugend ist. Und das heißt eben hier Tempo bei den Themen, die den digitalen Fingern zu fragen. Also am Thema Krypto gebe ich dir völlig recht. Also das ist wirklich gerade, wenn du dich unterhältst weltweit, Krypto-Playern, sieht man wirklich gerade Deutschland mehr oder weniger als Blueprint, um zu sagen, hier habe ich gerade Rechtssicherheit, sieht man ja auch an so etwas, dass eine Coinbase als börsennotiertes Unternehmen in Deutschland zuerst die Lizenz beantragt wird, für Kryptoverwahrung. Ist, glaube ich, wirklich eine gute Blaupause, auch um zu sagen, okay, die neuen Themen versuchen wir genauso schnell zu definieren. Florian, das war so ein bisschen so ein Abriss zu einem Jahr Digital Finance Forum. Was möchtest du möglicherweise den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben in die Runde, möglicherweise motivierend oder was auch immer? David, Schlusswort, gerne bei dir. Wir haben natürlich total Freude an den Themen. Ich glaube auch wirklich hier im Finanzministerium haben wir ein ganz tolles, engagiertes Thema, das sich mit Freude auch in die technischen Themen reinarbeitet, den Kontakt aber auch zu der Community sehr, sehr gerne hat und wir werden den auch intensivieren. auf der Republika in Berlin am 6. Juni werden wir präsent sein als Bundesfinanzministerium. Ich gehe ebenfalls im Juni auf die Fintech-Messe in Amsterdam, wir werden in Singapur präsent sein, das werden wir alles auch neu raufziehen. Also wir versuchen schon auch Deutschland, den Standort Deutschland tatsächlich auch global stärker noch zu positionieren und überall dort zu sein, wo es wichtig ist, präsent zu sein und das auszuweiten. Und wenn das zusammentrifft, damit trifft auch mit weiter guten Ideen und dem entsprechenden Gründungsgeist, dann glaube ich, haben wir, was den digitalen Finanzmarkt angeht, hier eine Menge Chancen, die wir auch künftig nutzen können. Schöne Schlusswort. Ich danke dir für die gute dreifelte Stunde, die wir jetzt hatten und drücke uns allen die Daumen, dass wir genau dahin kommen, was du gerade beschrieben hast. Gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.